Hallo alle zusammen! Ja, das ist jetzt mal ein Lebenszeichen auf diesem Kanal und danach direkt als Video. Ja, das Letzte, was es gegeben hat, war die geführte Meditation zum Ruhebewahren trotz stressiger Situationen und ihr werdet mir recht geben. Es war schon ziemlich heftig, so die letzten anderthalb Jahre und ich muss mich erstmal bedanken für die ganzen positiven Reaktionen auf die Raucherentwöhnung. Hey, so viele Views und so viele positive Kommentare. Danke, danke, danke. Und selbst die kritischen Kommentare, ich habe sie alle gelesen und ich arbeite dran und versuche mich jeden Tag zu verbessern, um da etwas online zu stellen, was euch gefällt, was euch gut tut. Und ich muss diesen Kanal nicht großartig kommerzialisieren. Klar, wenn ich irgendwann damit Geld verdienen kann, super, aber wenn es nicht so ist, dann ist es halt so und mir ist es wichtig, dass ihr was mitnehmen könnt. Und deswegen habe ich mir gedacht, als nächstes gibt es eine neue Meditation zum Thema Einschlafen. Ich habe es das letzte Jahr so schwer gehabt, bin nachts aufgewacht und habe mir gedacht, wie geht es weiter? Und vor allem, wie kann ich jetzt schlafen, damit ich am nächsten Tag arbeiten kann? Und ich arbeite da an etwas, was ich natürlich auch erstmal selber für mich teste und überarbeite und euch gerne mitgeben will. Und ich hoffe, euch hilft es. Und deswegen seid gespannt, gebt mir noch ein bisschen Zeit. Und als nächstes habe ich noch etwas, was so im Oktober erscheinen wird, denn ich habe ein Buch geschrieben zum Thema Geschichten erzählen für Kinder durch die Erwachsenen zu den Ereignissen des Tages. Und es wird so Anfang Oktober erscheinen, aber da mache ich noch mal ein extra Video und da werdet ihr auf diesem Kanal auf jeden Fall etwas dazu hören. Deswegen, ich danke euch und ich freue mich, wenn es euch weiterhilft, was ich hier auf dem Kanal mache. Danke.